Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Foodtalkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute geht es um das Lebensmittelretten bzw. um Lebensmittelverschwendung. Und mein Gast ist Raphael Fellmer. Er ist leidenschaftlicher Foodaktivist, Autor, Speaker und Gründer des Berliner Startups Surplus. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, überschüssige Lebensmittel entlang der Wertschöpfungskette zu retten und über ihren Online-Shop deutschlandweit zurück in den Kreislauf zu bringen. Raphaels Ziel ist es, das Lebensmittelretten zum Mainstream zu machen, sodass alle Menschen genügend zu essen haben und weniger Lebensmittel verschwendet werden. Er selbst fing 2009 mit dem Mülltauchen, also dem verbotenen Containern an und lebte fünf Jahre ohne Geld im Geldstreik. Und er erzählt hier im Foodtalker seine spannende Geschichte und gibt Tipps, wie wir unsere persönliche Lebensmittelverschwendung eindämmen können, wie und wo man gerettete Lebensmittel bezieht. Und er erklärt auf, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht tödlich abbedeutet. Und jetzt ganz viel Spaß mit Raphael Fellmer und seiner Geschichte vom Lebensmittelretten. Und sicherlich auch für uns ein Aufruf, bewusster mit Lebensmitteln umzugehen, bewusster Lebensmittel einzukaufen und dann auch weniger wegzuwerfen. Denn durchschnittlich werden 78 Kilo pro Person in Deutschland an essbaren Lebensmitteln weggeworfen. So, gleich geht's los mit Raphael Fellmer, aber vorher gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espressomaschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt. Oder shoppt online unter kucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. So und jetzt ganz viel Spaß mit dem Lebensmittelretter Raphael Fellmer. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Raphael Fellmer, schön dich zu treffen heute. Und meine erste Frage an dich. Erstmal hallo. Servus, lieber Boris. Danke fürs Herkommen. Du warst gerade in Österreich, ne? Servus. Servus. Hast du noch drauf. Pfiatti, griezti, grüß Gott. Hast du jetzt eine Woche lang jeden Tag gesagt. Ja, wow. Also ich habe vorher gar nicht die Alpen wirklich so schätzen gelernt. Mein Bruder wohnt in Wien, ist Schauspieler. Und der hat da irgendwie mit seiner Familie so ein kleines Häuschen in den Bergen. Und so schön da. Und die Leute sind total freundlich. Urig. Urschön. Das kommt dir ja entgegen. Du bist ja auch ein ganz freundlicher Typ. Ganz freundlicher Mensch. Muss man freundlich sein, wenn man Lebensmittelretter ist? Ich glaube, fürs Lebensmittelretten, also das, was ich vorher aufgebaut habe, das Ganze ja ehrenamtlich zu machen mit Foodsharing. Da hilft es zumindest freundlich zu sein, weil natürlich die anderen Leute, mit denen man zusammen rettet, das macht halt mehr Spaß, wenn man mit jemandem zusammen ist, der irgendwie Freude ausstrahlt. Und davor habe ich aber ohne Geld gelebt, fünfeinhalb Jahre. Und da ist es jetzt nicht verpflichtend, freundlich zu sein, aber das hilft schon immens. Wollte ich gerade sagen. Und man muss vor allen Dingen eins sein. Ich glaube, man muss total positiv sein. Weil sonst kann man solche Projekte, die du angegangen bist, gar nicht angehen. Aber wie wird man denn Lebensmittelretter? Erzähl mal, wie ist dein Weg dahin bislang gewesen? Also erstmal Lebensmittelretter oder Retterin kann natürlich jeder werden und zwar eigentlich zu Hause, weil 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung in Deutschland findet in unseren vier Wänden privat statt. 50 Prozent? 50 Prozent. Das heißt nicht, dass die Hälfte der Lebensmittel, die wir eingekauft haben, die wir in den Kühlschrank stellen, schmeißen wir dann einfach weg und essen die nicht, sondern insgesamt werden in Deutschland ca. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen pro Jahr. Das sind 300 Euro pro Nase in Deutschland. 300 Euro pro Nase. Lass mal umrechnen. Wie viele sind das erstmal in LKWs oder Containern umgerissen? Das ist eine LKW-Ladung pro Minute in Deutschland. Also 34.000 Kilogramm, 34 Tonnen, die wir da wegschmeißen. Pro Minute weltweit sind es 2,5 Milliarden Tonnen. Und das ist ungefähr so viel, dass wir alle Hungernden dreimal ernähren könnten. Und 10 Prozent aller globalen Treibhausgase entstehen durch Food Waste. Also das sind ja jetzt ein paar Zahlen, um dieses Thema sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Auch wir haben jetzt keinen Wein, aber vielleicht hat ja jemand einen schönen guten Tropfen zu Hause und lässt sich auf der Zunge zergehen. Und auch diese Zahlen, das vielleicht auch ins Bewusstsein zu nehmen, weil letztendlich, wie ich gesagt habe, die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in Deutschland findet durch uns direkt statt. Dass wir da natürlich noch Dinge im Supermarkt gar nicht kaufen, weil, ach so eine einzelne Banane oder der Apfel, der sieht schon nicht mehr ganz so frisch aus oder ach hier ist eine Delle. Wir hängen natürlich auch noch, wir sind für mehr Food Waste noch verantwortlich als nur das, was wir zu Hause entsorgen und nicht essen. Wo ist denn der Anfang der Kette? Der beginnt wirklich tatsächlich auf dem Acker. Also zwischen 10 und 50 Prozent vom Obst und Gemüse wird nicht geerntet, weil es zu groß ist, zu klein. Werden, Schalenfehler hat, Überproduktion und ja andere Dinge, die eben den Supermärkten nicht passen. Und die Supermärkte kaufen natürlich auch in der Regel das ein, was sie gut weiterverkaufen können, weil wir vielleicht irgendwie so eine Moorrübe mit drei Beinen nicht so gerne kaufen. Und wir sprechen natürlich hier vom konventionellen Anbau, weil im Bioanbau, würde ich mal mutmaßen, kommen eher noch so ein paar Produkte mehr mit rein oder Lebensmittel mit rein, die vielleicht so eher eine Fehlbildung haben oder nicht ganz so aussehen, wie sie aussehen sollen. Also so retortenmäßig, ja. Würde man von ausgehen. Glaube ich, muss dich aber ein bisschen von der Romantik enttäuschen. Denn letztendlich ist er, wer ist der größte Bio-Player in Deutschland? Wer verkauft am meisten? Aldi. Also es ist eben nicht der Bauer um die Ecke, der vielleicht wirklich auch noch fast alles, was er erntet, verkaufen kann, weil er irgendeine solidarische Landwirtschaft hat. Also andere Leute, die ihm alles abkaufen. Sagen letztendlich, ja. Aldi kauft halt entweder von so einem sehr großen Bio-Bauern dann die Sachen ab und Aldi sagt halt auch, die Moorrübe möchte ich, die soll bitte nur maximal, weiß nicht, 23 Zentimeter lang sein, maximal drei Zentimeter dick. Alles, was dicker ist und was dünner ist als zwei Zentimeter, will ich nicht. Also das heißt, auch bei Bio gibt es ganz strenge Normen seitens der Supermärkte. Und das führt dann dazu, dass eben ja schon ganz am Anfang der Wertschöpfungskette so viel übrig bleibt. Dann geht es weiter. Was passiert damit? Naja, im besten Fall kann man sagen, ernährt es vielleicht noch ein paar Würmer und der Boden braucht ja auch irgendwie immer wieder Nährstoffe. Das heißt, das ist jetzt gerade, wer über Bio spricht, etwas, was dann wieder in den Kreislauf zurückgeht. Also ist nicht ganz so schlimm, aber natürlich wurde da trotzdem ein Traktor, Wasser vielleicht aus dem Grundwasser hochgepumpt. Also Energie hat es einfach aufgebraucht. Konventionell ist natürlich ein bisschen schlimmer, weil dann Pestizide, Herbizide, also viel Chemie da auch in die Natur gekommen ist und der Boden natürlich degradiert, umso mehr man ihn anbaut. Und dann geht es weiter. Dann verkauft der Bauer das natürlich irgendwie an Zwischenhändler, Großhändler und überall an diesen Stationen wird weggeschmissen. Zentrallager und irgendwann kommt es zu den Supermärkten. Und die schmeißen auch nochmal ein bisschen weg. Manche Leute denken ja, die schmeißen viel weg. Im Endeffekt ist bei den Supermärkten wirklich, je nach Statistik, im kleinen einstelligen Prozentbereich von den 100% Food Waste, den wir in Deutschland haben. Und dann kommt es zu uns und dann geht der große Teil, wie gesagt, auch in die Biotonne oder einfach manche Leute trennen ja auch gar nicht Müll. Also zu uns, zum Endverbraucher. Bei uns zu Hause, ja. Weil wir halt sagen, zu viel gekocht, die Augen waren größer, zu viel eingekauft, für alle Gefühlslagen, alles zu Hause haben. Und dann sehen die Leute ein Produkt und denken, uh, das ist ja schon vor zwei Wochen abgelaufen. Schamant gesagt, für alle Gefühlslagen. Es gibt ja nach wie vor noch und jetzt auch gerade in neuster Zeit noch dieses Hamstersyndrom. Hamstersyndrom, ja. Und ich meine, wir können es uns auch leisten, 300 Euro in die Tonne zu kloppen. Das muss man ja dazu sagen. In anderen Ländern wird weniger weggeschmissen zu Hause. Aber wir sind ein sehr reiches Land, einen sehr reichen Kontinent. Und wir gehören ja, so ein bisschen kann man schon so sagen, zur Elite, zumindestens der Wirtschaftselite der Welt. Also es gibt nur wenig andere Länder, die ein höheres Bruttoinlandsprodukt haben pro Kopf. Und das heißt, ja, wir sind so reich, dass wir uns eben diese 300 Euro pro Jahr gönnen können, zu verschwenden. Aber ich glaube, ethisch, ökologisch gesehen ist das eine Vollkatastrophe. Deswegen ist schön auch zu sehen, wie sich immer mehr Menschen, nicht weil sie müssen, also nicht weil sie Geld sparen müssen, sondern weil sie wollen und weil sie den Sinn dahinter sehen, dass Lebensmittel nämlich eigentlich Mittel zum Leben sind. Und einen ideellen Wert haben, den wir gar nicht in Euronen gemessen können. Und da eben so eine Sensibilisierung auch in ihrem Leben einzulassen haben in den letzten Jahren, eben aus einer Freiwilligkeit, Erkenntnis und vielleicht auch Liebe zu den Lebensmitteln, Liebe zu den Menschen, die die Lebensmittel angebaut haben und damit ja auch irgendwo zur Schöpfung. Ich bin jetzt nicht so religiös, aber für die Leute, die sagen, hey, die Erde ist einzigartig in unserem Universum und wir brauchen die Umwelt, wir brauchen diesen Planeten. Die Erde kommt ohne uns klar, die kam schon vor uns ohne uns klar. Aber wir sind von einem funktionierenden Ökosystem einfach ganz stark abhängig. Und da zu sagen, hey, ja, Food Waste spielt eine große Rolle und da kann ich etwas tun. Und macht das eben nicht aus, hey, ich muss das jetzt oder hey, es gibt sonst nichts zu essen im Krieg. Hat mal alles gegessen, sogar faules Brot. Aber jetzt zu tun, so aus freien Stücken vom Herzen, so wie Leute auch ihren Job kündigen, um zu sagen, hey, ich habe den gekündigt, nicht weil der irgendwie schlecht war, aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt, wie ich damit gewirkt habe auf die Erde, auf andere Menschen und möchte lieber was tun, wo ich mehr Purpose, mehr Sinn in mein Leben einzuglasse. Würdest du denn sagen, dass es ein neues Bewusstsein dafür gibt? Hat sich da jetzt in der Zeit, wo du aktiv bist als Lebensmittelretter, etwas verändert? Auf jeden Fall. Oder hast du schon was verändert? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube schon, ja. Ich habe Millionen Menschen einfach immer wieder genervt. Und dieses Thema auf allen Ebenen, in der Schule, Universitäten, Podcast, Markus Lanz, Stern TV, alle Reportagen, Dokumentationsgeschichten, habe ich die Leute schon immer wieder auf dieses Thema so angestupst. Und Leute sagen mir auch so, hey, wenn sie dann zu Hause einen Joghurt in der Hand halten, der ist drei Wochen abgelaufen, aber noch nicht aufgebläht, also der Deckel ist noch ganz flach, dann denken sie an mich und sagen dann, hey, ich muss den jetzt aufmachen. Der Raphael, der wird den jetzt auch nicht wegschmeißen, einfach nur so, sondern ich setze jetzt auf meine Sinne. Sehen, riechen, schmecken, anstatt nur das MHD, also das Mindesthaltigkeitsdatum zu checken. Und ich glaube, dass ich auf jeden Fall was zu beitragen konnte. Und das ja auch so einen Ripple-Effekt hat, also so Schneeball. Klar. Wenn ich dann irgendwie was erzähle, dann erzählt vielleicht irgendein Manager, sei ein Obermanager und irgendwann steht es auch in der Lebensmittelzeitung oder so und dann liest es vielleicht sogar mal ein Geschäftsführer von einem Unternehmen, sei es Produktionsstätte oder eine Supermarktkette. Man kann das ja auch nur anfangen, glaube ich, wenn man, und es auch in die Breite bringen, wenn man glaubt, dass man etwas bewirkt, oder das sollte zumindest das Ziel sein. Weißt du noch, wie es bei dir angefangen hat, weil du hast gerade gesagt, als Schüler hast du schon genervt, deine Mitschüler genervt. Kannst du dich daran erinnern, was so der Auslöser auch für dich war? Also angefangen hat es wirklich eigentlich so sechs, sieben war ich und jemand hat mir erzählt, dass Menschen hungern. Und ich dachte, wie Menschen hungern? Also das war mir gar nicht, meine Eltern haben mich so ganz behütet aufwachsen lassen und ich war dann so schockiert, wie, also da gibt es echt Menschen, die hungern, dann habe ich rausbekommen, hey, das sind hunderte Millionen, die nicht nur an Hunger leiden, sondern von denen viele Millionen nächstes Jahr gar nicht mehr erleben werden, weil die in einem wirklichen Überlebenskampf sind und gar nicht sich um irgendwas gedankenmäßig machen können oder geschweige der Energie in was anderes reinstecken, außer eben irgendwie an Futter, an Lebensmittel zu kommen. Und das war dann schon so, oh krass, wie können wir eigentlich hier so unser Leben einfach vor uns hin leben, wenn andere Brüder oder Schwestern von uns auf diesem Planeten einfach wirklich sterben, weil sie nichts zu essen haben. Das ging gar nicht in meinen Kopf rein, dass wir das einfach so hingenommen haben. Es ist halt so, es war schon immer so. Und bei euch stand es immer voll, der Kühlschrank war voll. Wir hatten, also arm und reich waren wir, aber es gab nie Hunger bei uns in der Familie. Und damit bin ich ja jetzt nicht allein, sondern die meisten Menschen in Europa, die haben mal mehr Geld, mal weniger Geld, aber zumindestens stirbt eigentlich in Europa keiner an Unternährung. Und ja, und dann war ich irgendwie, ich glaube es war 13, 14, ich wollte Millionär werden, hatte dann gesagt, hey, mit dem Geld, was ich dann verdiene, kann ich ja dann Menschen für Menschen, Karl-Heinz Böhm mäßig so, kann ich ja denen dann helfen, die es wirklich brauchen, vor allem den Kindern. Und dann habe ich in der Schule genervt, habe mit dem Rektor gesprochen, wir haben dann angefangen, das Putzen auf die Schüler und Schülerinnen zu übertragen. Das hat ja vorher eine Putzfirma gemacht. Und ich habe dann gesagt, hey, wir können da Millionen sparen und wir können die Kinder auch mehr dazu führen, dass sie auf ihren Raum aufpassen und den aber auch selber sauber halten für die Lehrkräfte. Nicht mehr dieses so, ist mir doch scheißegal, hier kommt jemand zum Putzen, so wie Leute sagen, ich schaffe Arbeitsplätze, deswegen schmeiße ich Sachen auf den Boden auf der Straße. Also ist für mich ein bisschen weiter hergeholt. Also man kann auch anders schlafen. Ist eine andere Logik, ja. Ja, ja. Und dann, ja, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen die Mitschülerinnen genervt, weil es gab da auch ein Punktesystem. Und eins des Punktesystems war, auf jeden Fall die Fenster müssen zu sein, wenn die Heizung an ist. Also nicht jetzt so wie ein Corona, einfach lüften und Heizung an, irgendwie so. Aber es musste auch die Mülltrennung stattfinden. Glas, Restmüll, was gab es noch, Plastik, also gelbe Tonne und Biotonne. Und wenn die nicht da waren und das auch nicht sauber getrennt war, dann gab es keinen Punkt. Ich war quasi der Punkte-Master. Was habe ich mit den Punkten dann machen können? Du hast dann am Ende des Jahres 500 Euro bekommen oder 300 oder 150 in die Klassenkasse. Und weil meine Eltern nicht so viel Geld hatten, habe ich dann, wir haben sie mal 50 bekommen in die Klassenkasse. Und so hatte ich ein besseres Gefühl, dass ich mit meinem Engagement auch nicht die anderen Eltern belaste, dass die dann für meine Klassenfahrt zahlen müssen. Und so habe ich mich eingebracht, so für die Umwelt, aber auch für ein bisschen mehr Empowerment, so hey, pass auf deinen eigenen Shit auf, kehre vor deiner eigenen Haustür. Und ja, und die Schule hat auf jeden Fall viel Geld gespart. Damit hat es angefangen und dann aber die... Aber es war ja bestimmt nicht leicht, ne? Da gab es doch mit Sicherheit Widerstände, weil ich meine, das klingt jetzt so wie so ein glatter Durchmarsch. Alle fanden es toll, alle haben mitgemacht. Ja, du, also die Parallelklasse... Das lässt du aus, ne? Ja, ne, die Parallelklasse hat sich eher witzig gemacht. Die haben dann einfach die fünf Schilder, die ja sonst nebeneinander über den Mülltonnen kleben sollten, haben die einfach übereinander geklebt und eine fette Mülltonne drunter gemacht und so gesagt, so leck mich am Arsch. Aber das war wie sportlich genommen. Ich habe das ganz... Ich habe es ja gemacht aus einer intrinsischen Motivation und da hatte es Spaß. Jede Woche habe ich dann kontrolliert. Ich war wirklich der Kontrolletti und da hat sich aber keiner beschwert. Ist man aber auch nicht unbedingt beliebt als Kontrolletti, oder? Ja, aber ich wollte noch nie beliebt sein, sondern ich habe eigentlich immer das gemacht, wo ich gesagt habe, hey, das finde ich cool. Und habe ja auch in meinem ganzen Leben immer wieder die Leute provoziert. Und aber, ja, mit einer guten Intention zumindest. Ich wollte nie jemanden auf den Sack gehen, einfach nur, um die zu nerven, die Leute. Sondern ich hatte zumindest einen guten Hintergedanken. Ja, und auf jeden Fall hast du damit auch nicht aufgehört. Also du hast dich nicht einschüchtern lassen. Genau, nee, ich habe... Du bist weitermarschiert. Ich bin weitermarschiert, ach, aber zum Thema Foodways. Ich war in der Waldorfschule. Und auch da, wo man eigentlich annehmen könnte, ja, vielleicht haben die irgendwie noch ein größeres Verständnis für die Umwelt. Und wie man mit Lebensmittel umgeht. Demeter wurde ja von Rudolf Steiner, dem Gründer, vor 100 Jahren oder so schon eingeführt. Das ist das älteste Bio-Siegel der Welt. Aber auch da, es gab keinen großen Bezug zu diesem Thema. Und mir hat niemand erzählt, dass wir so viel Lebensmittel wegschmeißen in der Schule. Ist auch aber lange Zeit auch gar nicht so präsent gewesen, das Thema. Ja, leider eben. Also es fing ja irgendwann an, als dann in den Medien beachtet wurde, dass Containert wurde. Wie gesagt, Containert, ne? Containern, Mülltauchen, Dumpster-Diving. Mülltauchen, genau. Gibt es unterschiedliche Fachbegriffe. Mülltauchen ist auch, so hast du dich bezeichnet auch als Mülltaucher. Ja, oder die Presse natürlich auch gerne. Ja gut, das ist auch schön plakativ. Ja, super. Haben Sie dich erwischt eigentlich als Mülltaucher? Oder wolltest du erwischt werden auch? Nee, ich war nicht so einer, der gesagt hat, ich zeige mich jetzt an. Und ich habe es eher immer so versucht, ganz dezent zu machen. Das heißt, ich bin zu den Mülltauchen immer dann hingegangen, wenn niemand da war. Und habe es immer mindestens so sauber hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Und habe eher, ja, ich habe keine Konfrontation beim Mülltauchen gesucht. Ich habe aber versucht, das mal zu legalisieren und sehe es aber mittlerweile ein. Das kannst du vergessen. Also da gab es auch immer wieder von der Politik jetzt Initiativen. Das wird nicht kommen, weil in Deutschland, wir sind ein Rechtsstaat. Und ja, wer ist denn dann dafür haftbar? Es muss ja immer in Deutschland einen Schuldigen geben. Wenn jetzt du, lieber Boris, reingehst, tauchst in die Tonne, greifst da rein. Und leider war da halt ein Glassplitter drin. Der reißt deine Sehne auf, deine Hauptader, Hauptschlagader. Du tropfst da und dann liegst du halt da tot drin. Oder hast du eine Banane gegessen und hast einen Glassplitter drin. Du hast auch gleich die Worst Case gewählt. Genau, ich habe jetzt mal ganz. Ja, stimmt. Wer ist dann der Staat haftbar, weil der es legalisiert hat? Nee, geht nicht. Sondern es ist immer noch der Supermarkt. Weil der Supermarkt ist ja auch sein Grundstück, was er bezahlt oder mietet. So einfach kann man das klären, meinst du? Oder wegschieben? Nee, aber ich glaube, in Deutschland ist einfach Rechtsstaat. Das heißt, irgendjemand muss halt haftbar gemacht werden, wenn was passiert. Aber es fängt ja auch eigentlich viel früher an. Das Lebensmittel, das sie verschwendet werden. Ja, das fängt ja viel, viel früher an. Und letztendlich seid ihr ja, ich mache mal jetzt einen Sprung in die aktuelle Zeit. Jetzt seid ihr mit Surplus ja etwas, was ihr ein Unternehmen, eine Organisation, die ihr ja eigentlich am liebsten überflüssig machen würdet. Ja und nein. Ja, aber in the long run. In the long run, ja, das wäre schön. In the long run. Aber das ist so ein bisschen utopisch. Ich glaube eher, dass wir ein Teil der Lösung werden, immer mehr. Jeden Tag gibt es mehr Produzenten, die auf uns zukommen, sagen, hey, guck mal, ich habe hier Paletten. Tafel will die nicht. Ich will sie nicht wegschmeißen. Könnt ihr nicht die noch nehmen und retten? Und dann werden wir quasi so mehr Teil von einem großen ganzen Wirtschaftssystem, was gerade noch ein bisschen verkorkst ist. Ja, es wird immer etwas über sein. Das glaube ich, verkorkst, verkorkst. Verkorkst, verkorkst. Es funktioniert halt nicht so ideal. Für uns schon, weil wir halt auf so einem fetten ökologischen Fußabdruck leben, dass wenn alle so leben würden, wie wir hier in Deutschland, Europa, bräuchten wir mindestens zwei, wenn nicht eher drei Extraplaneten. Aber die gibt es ja nicht. Ein Bäckerplaneten. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht rausgefunden. Und das wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber der Planet ist ja eigentlich schon so geil. Das heißt, wir müssten eigentlich nur den noch mehr schützen. Für uns und unsere Kinder. Und da gibt es immer so ein paar unterschiedliche Interessen. Beziehungsweise natürlich auch Wahrnehmung. Ja. Weil ich glaube, du hast sicherlich unfassbar viele Menschen getroffen, mit denen du diskutiert hast, die gesagt haben, das ist gar nicht so. Dass wir den Planeten kaputt machen. Ja. Ja, ich kenne auch, da gibt es manche auch so in familiären Kreisen, die meinen, dass wir mit der Klimaerwärmung nichts zu tun haben. Es ist nur die Sonne. Sage ich immer, ja, das kann ja sein. Nein, ich glaube da auf jeden Fall dran, was die Vereinten Nationen sagen, dass der Großteil durch uns kommt, die Klimaerwärmung. Das heißt nicht, dass wir für den Großteil der CO2 verantwortlich sind, aber das ist ja so der Tipping Point. So ein bisschen mehr hat dann eben eine große Auswirkung. Und ich sage aber immer, naja, aber was ist denn mit den Artensterben? Seit 65 Millionen gab es kein so großes Artensterben wie gerade jetzt. Damals war es halt so ein 10, 15 Kilometer großer Meteorit, der auf die Erde eingeschlagen hat und alles verdunkelt hat. Und jetzt haben wir eingeschlagen. Vor 150 Jahren haben wir angefangen, uns hier massiv auf der ganzen Welt auszubreiten. Massiv die Böden kaputt zu machen. Massiv die Wälder abzuroden. Massiv Plastik und andere Chemikalien in die Flüsse, in die Seen, ins Grundwasser, Boden, Ozeane etc. reinzubringen. Das sind ja wir. Und jetzt zu sagen, ja, selbst wenn es CO2 mal ausgeklammert, da können wir nichts tun. Für diese Sachen sind wir ganz klar verantwortlich. Und das ist, glaube ich, nicht gerade fair den anderen Spezien gegenüber, die ja auch den Planeten, die wollen ja auch leben und sich entfalten. Plus auch unseren Kindern und Kindeskindern, weil wir könnten ja auch heute noch irgendwie achtsamer mit umgehen. Wir müssen ja nicht auf diesem Zerstörungslevel bleiben. Nee, ganz genau. Aber letztendlich geht es ja darum, dass man es morgen, heute, morgen, übermorgen besser macht. Genau. Das haben wir festgestellt, dafür bist du angetreten. Jetzt sind wir aber gerade aus der Schule raus. Ja. Wie ging es denn weiter? Schule war geil, aber schulfrei zu haben war noch geil. Ich habe mich gefühlt wie der freiste Mensch der Welt. So, wow, endlich ist die Welt, liegt mir zu Füßen. Und ich bin dann gegangen nach Mexiko und habe da geputzt. Meine E-Mail-Adresse King of Dust kam auch übrigens wegen diesem Putzen, weil ich mal Queen of Dust gehört habe für eine Putzfrau. Und Putzfrau ist schon ein bisschen so, nicht so respektvoll, finde ich. Und dann habe ich gehört, Queen of Dust, dann bin ich halt der King of Dust. Aber ich habe ja immer gut geputzt. Und dann habe ich da geschrubbt in so einer Waldorfschule in Mexiko. Habe aber auch ein bisschen Deutsch, ein bisschen Mathe beigebracht, habe Pausenaufsicht gemacht. Das war dann so ein Auslandspraktikum. Genau, Zivildienst im Ausland hieß das damals. Da gab es eine Militärpflicht. Also musste man so an die Waffe, den Dienst, aber hatte ja keinen Bock drauf. Ich bin ein Pazifist. Da habe ich gesagt, nee, da gehe ich lieber irgendwo hin und helfe. Habe dann Spanisch gelernt, bin dann durch die Welt gereist. Und ich habe dann irgendwann so festgestellt, nee, eigentlich will ich weder in die Politik gehen, weder irgendwie in die Wirtschaft, sondern ich möchte irgendwie massiv die Leute aufmerksam auf die Probleme lenken, die wir haben. Und was Lösungen sind, die jeder Einzelne in seinem Leben umsetzen kann. Also wie Ernährung, wie gehe ich mit dem Konsum um von Kleidern, also Textilkram, aber auch Elektronik und vor allem natürlich Lebensmittel. Also wie können wir Lebensmittelverschwendung reduzieren. Und das war 2009, wo ich dann ein YouTube-Video gesehen habe und da haben die Leute dann so Containern gemacht. Und ich kannte das ja auch nicht. Und dachte mir, wie, die springen da in die Tonne rein und holen da was raus. Und da sind Lebensmittel im besten Zustand und die essen die einfach noch. Wer macht denn sowas? Und ich konnte es überhaupt gar nicht glauben. Und die Schule hat mir nichts darüber erzählt, die Uni nicht, die Medien nicht. Ich dachte mir, krass, aus der Sache muss ich auch... Kam in deiner heilen Welt nicht vor. Nee, ich war auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Und dachte aber so, hey, das Thema ist auch so emotional. Das muss doch funktionieren, das irgendwie in die Welt hinauszubringen. Und alle finden auch die Erde ganz geil. Lassen Sie doch mal schützen und die Lebensmittel. Und dann habe ich zwei Hochzeitseinladungen bekommen nach Mexiko. Per E-Mail von Freunden. März 2010 waren die beide und ich glaube an Schicksal. Das heißt, im Wort Schicksal steckt ja das Wort Schicken drin. Wenn, so vielleicht auch der eine oder die andere da draußen irgendwie heute was lernt, weil ihr sagt, hey, ich schalte mal wieder meinen Boris ein und vielleicht führt euch das zu irgendwas Neuem. Oder eine Kündigung. Also nicht immer nur positive Schicksalsschläge, sondern auch eine Kündigung kann manchmal eine Befreiung sein. Wo man sagt, ich hätte mich gar nicht alleine getraut und jetzt habe ich immer einen Job gefunden oder habe meine eigene Unternehmung gestartet, was mich vorher gar nicht getraut hätte. Aber jetzt auf einmal hatte ich auf einmal Zeit nachzudenken. Grundeinkommen gibt es ja noch nicht, aber so ein bisschen so Arbeitslosengeld, da hat man ja so ein bisschen eine Freiheit. Und es kann ja auch sein, dass manchmal sowas Negatives einem auf einmal ganz neue Ebenen im Leben eröffnet. Ganz häufig. Aber wenn wir bei dem Begriff Schicksal sind, wie stehst du denn zu dem Begriff Zufall? Eigentlich so ähnlich. Also ob man sagt, es fällt mir zu, aber das ist vom Schicksal quasi so mir zugefallen. Zugefallen ist so aus Versehen. Schicksal ist schon eher gezielt geschickt. Genau, genau. Ich bin auch eher bei Letzteren. Ja, genau. Ich glaube, voll krass. Und ich habe immer wieder in meinem Leben so Sachen, zwei Sachen erzählen, die vielleicht damit ein bisschen zu tun haben. Wir dann auf jeden Fall, ich mit meinen zwei Freunden, wir wollten gerade nach Barcelona NGO gründen. Da waren diese Hochzeiten. Hey, dann lass uns doch nach Mexiko gehen. Wir sind ja jung. Machen wir doch mal so. Sprechen Sie auch Spanisch, genau. Die sprechen ja auch Spanisch, genau. Franzose, Italiener. Und wir gucken halt so. Und ich so, oh scheiße, Alter. Das ist ja fünf Tonnen der Flug nach Mexiko und zurück fast. CO2. Also wenn man jetzt an CO2 glaubt. Hast du damals schon drauf geachtet? Ja, ich bin echt... Vor zehn, dreizehn Jahren? Das war vor, ja, 14 Jahren, ja. 14 Jahren, ja. Ja, ich habe mich schon immer ein bisschen mit Umwelt so auseinandergesetzt. Aber ich muss auch sagen, sehr egoistisch erst vor 14 Jahren. Weil ich bin die Jahre davor durch die Welt gejettet und dachte immer, naja, ich habe ja Secondhand-Kleidung, ich trenne ja meinen Müll. Jetzt muss ich mal nicht auf die CO2-Bilanz von meinem Fliegen... Und die fliegen ja eh, ne? Die fliegen ja eh, genau. Am besten, die fliegen ja eh. Und dann nutze ich die wenigstens. Und dann war ich aber so, hey, jetzt hat mir eine NGO, Umweltbewusstsein, hat noch mehr Gewicht bekommen. Ich muss jetzt das checken. Und fünf Tonnen, weißt du, was man in Deutschland so pro Jahr, pro Nase ungefähr gesamt ausstößt? Ja, sag mal. Ja, elf Tonnen. Wir sollten aber nur zweieinhalb, drei Tonnen pro Jahr ausstoßen, wenn wir das 1,5 Grad gemittelte Erdewärmungszieher, Pariser Klimaabkommen 2017, wir das ernst nehmen wollen. Kann man natürlich auch sagen, ist mir egal, aber eigentlich müssen wir drastisch unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Und dann war ich halt, ich kann jetzt nicht einfach fliegen, aber wenn der Kolumbus vor 500 Jahren schon irgendwie rüber gesegelt ist, dann wird es auch heute irgendjemand geben, der da rüber segelt, oder? Und muss genug Zeit haben halt, ne? Genau, genau. Hatten wir ja gerade Uni, halbwegs fertig. Und dann sind wir halt los, von Den Haag los, Europa, Afrika, zu den kanarischen Inseln und haben halt da gesucht. Weil das ist so ein bisschen das Nadelöhr Las Palmas, der genannt Kanarier. Das heißt, ihr seid, habt immer als, es ging auch um Segeln, also ein motorgetriebenes Schiff wäre nicht akzeptiert worden. Wäre auch okay gewesen, aber das ist ganz schwierig, so nach 9-11 ist das alles sehr kompliziert, die Hosen, so wie Fliegen. Du kannst auch nicht den Pilot, ey, das ist mein Onkel, der nimmt dich mal so mit, sondern du musst halt alles offiziell machen. Also ihr wolltet dann auf die Route gehen, wo sie alle rüber gehen und die geht ja auf den Kanaren rüber, da fährt man gerne im Pulk. Von da geht es in die Karibik, Brasilien oder teilweise sogar Nordamerika. Auf jeden Fall haben wir da gesucht und gesucht und nach 5 Wochen, alles ohne Geld übrigens, die Reise, haben wir gesagt, machen wir ohne Geld. Warum? Um Bewusstsein zu schaffen, dass Lebensmittelverschwendung ein globales Phänomen ist, Problem. Aber auch zu zeigen, dass wenn Geld nicht zwischen uns steht, dass wir nochmal eine ganz andere Beziehung auch aufbauen können. Nicht immer, aber und außerdem zu sagen, alles ist möglich, ob du Geld hast oder nicht. Warte nicht irgendwie, um deinen Traum zu verwirklichen, wenn du irgendwann im Lotto gewonnen hast oder sagst, ja wenn ich 50 bin, wenn ich meine Altersvorsorge habe, wenn ich mein Haus, dann werde ich glücklich. Funktioniert nicht, jetzt glücklich werden. Aber nach 5 Wochen kommt man schon mal ins Zweifeln dann, ne? Ganz genau, also unsere Stimmung ging so wöchentlich tiefer, tiefer und dann war es auch immer so, ja eigentlich, vielleicht ist doch wirklich falsch, die Saison war zu Ende. Die haben gesagt, ey ihr seid 3 Hippies, ihr könnt nicht segeln, ihr seht müssen so aus, wie ob ihr von der Straße kommt. Ihr wolltet zusammen natürlich möglichst gerne alle auf ein Schiff. Alle auf ein Schiff, klar, am liebsten in die Karibik. Naja, aber es gab einfach wirklich gar keine Schiffe und wenn, dann haben die gesagt, hey ja, wir haben schon Crew, kommt doch nächstes Jahr wieder, am November geht die Saison los. Und dann haben wir was gefunden in einem Mülleimer von dem Hafen. Und die Leute haben ja im Schnitt im Haushalt über 10.000 Dinge, die sie nicht brauchen. Und zu Hause sortiert man weniger aus, dieses Ausmisten, das machen die Leute selten, weil es gibt irgendwie noch eine Kiste, die man füllen kann. Aber auf dem Boot musst du es, das geht sonst unter von dem ganzen Staff. Da haben die einen Rucksack weggeschmissen mit einem Geografiebuch und einer Flagge aus Panama und die anderen aus Mexiko. Schicksal. Okay, unser Weg führt uns nach Mexiko über Panama. Wir haben am nächsten Tag super high frequency in den Hafen gegangen und haben gefragt, hey gibt es irgendwie ein neues Boot? Ja, da ist ein neues Boot, die suchen sogar Hand, also die suchen Crew. Wir so hin, zwei italienische Kapitäne, das ist nochmal ein Special-Thema. Und die sind aber auf dem Weg nach Brasilien gewesen. Wir haben die zwei Minuten ein bisschen gesprochen und die meinen, ja finden sie cool. Die haben eigentlich zwei Frauen gesucht, Hand gegen Koja auf der Überfahrt. Aber so drei Hippies, haben sie gesagt, passt und nehmen wir. Und dann sind wir mit denen rüber nach Brasilien. Und ja, dann war ich natürlich schon gefühlt wie fast in Mexiko, obwohl es nochmal eine Strecke ist vom Brasilien. Und auf der Atlantiküberquerung habe ich mich dann entschlossen, in einen Geldstreik zu gehen. Also auch nach der Reise nicht wieder Geld anzunehmen, sondern weiterhin ohne Geld zu leben, ein Konto aufzulösen und komplett einfach wirklich geldfrei zu sein. Wie funktioniert das denn? Also ich meine, du hast das ja auch dokumentiert. Du warst da natürlich dann auch in den Medien oder ihr wart als Familie dann auch sehr präsent später. Weil das war ja schon ein Thema für alle. Wie geht denn das? Wie ging's? Also ganz kurz bevor ich dazu, ich wollte noch so einen negativen Schicksalelement einbauen. Okay, das sollte nicht alles zu gut klingen jetzt. Genau, ja, weil manche Leute sagen, oh hey, was ist denn das für ein Träumer? Der lässt die negativen Sachen aus. Okay, hast recht, hast recht. Und das war dann, wir sind angekommen in Brasilien und dann ist da unser einer Freund, der wollte gehen. Wir hatten nicht so eine gute Beziehung, nicht so einen schönen Auseinandergehen. Das war ungut. Das heißt, die Stimmung, die Frequency war nicht so wie an dem Tag nach der Flagge im Himmel und alles super, sondern es war wirklich so rock bottom, wie man schön im Englischen sagt, am Boden. Wir so zu einer Tankstelle haben da getrampt, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, niemand hat das mitgenommen. Wir waren ein bisschen am Ende, wir waren ausgelaugt, wir wussten nicht mehr, was wir machen sollen. Die Leute haben uns belogen, betrogen, sind einfach weggefahren, haben gesagt, wir fahren in eine andere Richtung, fuhren dann in die Richtung. Also es ging alles schief. Also all der Mist, der einem passieren kann. Genau, also wie man so sagt, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden oder Bein morgens. Genau so ist es gewesen und dann eine Sache nach dem anderen und dann in der dritten Nacht wurden wir beklaut. Also mein Freund zumindest, der noch übrig geblieben ist, wurde sein gesamter Rucksack weggenommen, Kamera, Laptop, Aufnahmegerät. Wir wollten einen Dokumentarfilm drehen und da war so, hey, es geht noch schlimmer. Und dann war es dann wirklich, okay, jetzt mussten wir uns erstmal recoveren, weil wir waren am Ende. Wieder nach fünf Tagen recoveren zu einer anderen Tankstelle und wieder gewartet. Ein Tag, zwei, drei, vier. Und am fünften Tag war ich mit meiner Batterie sowas am Ende, dass er auch gesagt hat, wenn heute nicht ein Wunder passiert, dann müssen wir die Reise irgendwie stoppen und wir müssen es ohne Geld aufhören. Weil wir waren nicht mehr, ja, wir waren nicht mehr zu irgendwas zu gebrauchen. Ich wundere mich sowieso, dass ihr so lange zusammengehalten habt, dass das so lange geklappt hat dann auch. Alleine schon die fünf Wochen auf den Kanaren oder bis zu den Kanaren, dass man da als Team so lange zusammenbleibt. Das hat mich nämlich am Anfang deiner Erzählung schon gewundert, aber klar. Das stimmt, das ist auch sehr, also mit Geld oder mit Handy kann man sich auch ablenken. Wir waren aber die ganze Zeit aufeinander, es gab in Anführungsstrichen kaum Ablenkung. Wir waren nur wir gemeinsam, also war schon eine Challenge, ja. Und der hatte einfach, wir haben uns auch gut verstanden und alles wieder gut, aber der hatte einfach Bock, einfach mal sich im Bus zu setzen und wohin zu fahren, wo er Fotos machen wollte. Oder irgendwie zu sagen, hey, jetzt klappt es hier nicht mit den Trampen, dann nehmen wir mal halt einen Bus, anstatt noch einen Tag zu warten. Na ja, auf jeden Fall, wir haben so ein Geschenk bekommen, mein Freund und ich, der da übrig geblieben sind, dass wir nach fünf Tagen am Ende waren und aber irgendwie so ein letzter Hoffnungsschimmer war noch da und dann kam der Mensch, der auch noch Engel hieß, also Ankel oder so auf Portugiesisch und der hat uns gleich 1300 Kilometer mitgenommen. Was ich damit nur sagen will, dass halt dieses, was du denkst, dass das eine viel stärkere Einfluss haben kann, als wir uns das vorstellen können auf unser Leben, weil es halt einen Einfluss hat auf die Menschen auch um uns herum. Das heißt, wenn du die Menschen anlächelst, ob es deine Nachbarin ist, Kollegin oder eben den Postboten, spielt keine Rolle, aber umso mehr wir Liebe, Schönes und anderen sehen können und das vielleicht auch sagen oder über durch ein Lächeln auch so teilen, umso besser geht es mir zumindest. Und das war dieses extreme positive Negative. Ist aber auch echt schwer, wenn man dann so viel Scheiße vorher erlebt hat. Aber es erinnert mich an eine Liedzeile. Wenn du denkst, es geht nichts mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Wer hat das gesagt? Jan Delay hat das, glaube ich, irgendwo in einem Song. Oder dann kommt von irgendwo die Mucke her. Mhm, mhm. Also es kann ja, es kann ja für alles einsetzen. Aber wenn du denkst, es geht nichts mehr. Weil es reimt sich ja alles so schön. Ja. Aber kann man gut einsetzen. Genau, das war nur der Ausschwenk zum, das ist halt auch negativ. Es geht auch anders. Also wenn man schlecht denkt und denkt, das kann gar nicht schlimmer gehen, dann kommt es noch schlimmer. Was wird denn aber ernährt, wenn ihr wirklich kein Geld eingesetzt habt? Später dann auch. Wo kam das Essen her? Naja, wir haben ja, wie gesagt, diesen Food Waste Thematik. Die Hälfte in Europa wird weggeschmissen oder nicht gegessen, kann man auch so sagen. Oder es wird die Hälfte mehr produziert, als wir brauchen. Hochgradig ineffizientes System, was wir da gerade haben. Weltweit sind es nur, in Anführungsstrichen, 30 bis 40 Prozent, was nicht gegessen wird. Aber das ist trotzdem noch genügend. Das heißt, wir sind bei Bäckereien, Supermärkten an den Mülltonnen gegangen oder auch direkt gefragt. Teilweise auch Restaurants. Hey, was habt ihr? Was braucht ihr nicht mehr? Können wir da was essen? Und hatten immer genügend Essen. Wie ist das denn, wenn man da so ein richtiger Genussmensch ist? Bist du ein Genussmensch? Ich bin, ja, doch. Aber du bist kein Foodie, oder würdest du dich als Foodie bezeichnen? Na, irgendwo schon. Halt nicht so ein Luxus-Foodie, dass ich sage, es schmeckt mir nur, wenn es einen Stern hat. Nee, das muss ich nicht. Aber du sagst, es müssen gute Lebensmittel sein. Und das Auge ist ja auch manchmal ein bisschen mit. Das ist da ja vielleicht auch so ein bisschen eingeschränkt. Ja, aber das Herz ist auch mit. Und wenn du weißt, bei Surplast zum Beispiel für jede Online-Bestellung ermöglichen wir zusammen mit der Welthungerhilfe eine Schulmahlzeit. Eine halbe Million Schulmahlzeiten haben wir in Burundi so gemeinsam schon ermöglicht. Das freut einfach mein Herz, wo ich weiß, hey, voll cool. Und beim Lebensmittel retten war es ja auch, dank mir sind diese Lebensmittel jetzt nicht umsonst produziert, angebaut worden. Und wenn ich die dann aus der Tonne hole oder aus der Surplast-Box hole, dann hat das einfach so ein besonderes Gefühl. Und das ist, glaube ich, neben dem, wie es aussieht und wie es dann schmeckt, auch nochmal ein Faktor. Wir haben ja auch sehr viel hochwertige Lebensmittel bei uns. Das ist ein Gesamtbild. Und deswegen, ich bin schon Foodie, weil ich liebe Lebensmittel. Ich liebe Food und ich setze mich halt dafür ein, dass wir alle Lebensmittel wertschätzen. Auch wenn ich mich seit elf Jahren vegan oder zwölf Jahren vegan ernähre, weil ich glaube, das ist für meinen Körper und für die Erde irgendwie ein bisschen nachhaltiger und fühlt sich irgendwie ethischer an und ökologischer. Liebe ich trotzdem die Wertschätzung, weil natürlich in einem Kilo Fleisch hast du bis zu 15.000 Liter Wasser drin, die sonst verschwendet worden wären umsonst. Das heißt, letztendlich der ökologische Fußabdruck ist bei tierischen Produkten eben noch viel größer und da ist die Rettung, die lohnt sich auch noch viel mehr. Verstehe. Also als Foodie ja. Aber du hattest eine Frage. Nee, ich wollte jetzt eins wissen. Ich will es jetzt einfach wissen. Seid ihr noch angekommen? Seid ihr noch zur Hochzeit gekommen? Tatsächlich sind wir nicht angekommen zu den Hochzeiten. Das war sechs Monate zu spät. Aber der Weg ist das Tier. Genau, das kann bei Hochzeiten mal passieren, wenn man lostremt ohne Geld. Aber ihr habt sie noch getroffen und die waren auch noch zusammen. Die waren auch noch zusammen, auch das. Und wir hatten dann ein ganzes Wochenende nur mit denen, was ja auch manchmal so Quality. Macht gefeiert. Ich glaube, das genieße auch so. Für mich ist es genießen auch so wie wir. Wir setzen uns zusammen, wir quatschen eine Runde schön, haben ein geiles Wasser am Start. Und mexikanisches Essen ist Weltkulturerbe, darf man nicht vergessen. Für mich schon. Ja, ist es auch. Es ist tatsächlich. Okay, also köstliche Sache, aber gerade gestern nicht eine Hochzeit, sondern eine Konfirmation gehabt. Da gab es auch mexikanische Tamales, super lecker, gab es auch vegane. Da habe ich mich sehr gefreut mit einer geilen Soße und ich habe mich gefühlt wie in Mexiko, weil ich sowas hier schon lange nicht mehr gegessen habe. Weil man kriegt ja auch häufig, muss man ja sagen, in den Restaurants, wo dann irgendwie eine Nationalität dran steht, nicht das, was man unbedingt erwartet. Das war von einer Mexikanerin gemacht und zu Hause serviert von Mexikanern privat. Also es war der Hammer. Dann kann man da nichts falsch machen. Und du hast natürlich auch viel dann kennengelernt. Du sagtest, du bist viel rumgereist, hast natürlich viel gesehen und hast natürlich auch, hast du dann auch wirklich das dann mal gespürt und das Elend auch wirklich gesehen? Das, was du als, ja, was war das, wie alt warst du, acht, neun, kennengelernt hast oder erfahren hast, dass es eben Hunger in der Welt gibt. Hast du das mal richtig vor Ort auch erlebt? Also zumindestens in Brasilien habe ich noch nie so viele Menschen auf der Straße gesehen wie in irgendeinem anderen Land. Also nicht auf der Straße, sondern die leben auf der Straße und schlafen auf der Straße. Also wirklich, da war ich sehr perplex. Insgesamt, ja, haben wir natürlich auch andere Menschen gesehen in Afrika. Da waren wir allerdings auch nur in Westsahara, Besetzgebiet von Marokko so und Marokko selber. Also ich kenne Afrika jetzt nicht so, als ein Riesenkontinent, nicht so sehr. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Armut gesehen und ich habe aber auch gesehen, dass die Leute teilweise, waren nur wenige, aber es gab schon auch arme Menschen, die uns auf der Straße irgendwie begegnet sind und uns eingeladen haben nach Hause. Und die hatten ein halbes Brot und sonst war da nix. Und das haben sie mit uns geteilt. Und das war das Größte. Die wollten auch nicht so, hey, ungefähr, hey, wir können ja irgendwo, nee, nee, das ist jetzt meine Freude, das mit dir zu teilen. Also da dieses, Leute, die weniger haben, die können leichter teilen, das habe ich auf jeden Fall unterschreiben können auf der Reise. Und die Leute, die halt ein fettes Haus haben, zwei Autos vorne und du bist da zwei Tage und nimmst dir was aus dem Kühlschrank so ungefähr, hey, du Schmarotzer hier, nimmst dir einfach so. Also wirklich krass. Das ist ja nicht bei allen Leuten so, aber wer wenig hat, der gibt gerne irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, so zu pauschalisieren, aber es macht natürlich vieles einfacher, ne? Aber so diese Diskussion schwarz-weiß, es ist natürlich ganz einfach, immer das zu machen. Nee, ich will das auch nicht verarmen. Nein, 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 ich stuf dich da nicht ein. Nein, mach dir keine Sorgen. Super tolle Richies kennengelernt, die uns echt alles geteilt haben, ohne eine Miene zu verziehen. Aber auch Leute, ja, dieses, wer wenig hat, die sind einfach auch gastfreundschaftlich. Die laden dich halt auch mehr ein. Also die Leute hatten halt Angst, dass wir denen die Diamanten klauen oder keine Ahnung, die hatten Schiss mehr. Ich sag jetzt, da hat es nicht zu. So, aber dann bist du irgendwann wieder nach Hause gekommen und hast dann Foodsharing mitgegründet. Ja, genau, das war dann, ich habe dann noch irgendwie Container, meine Frau war schwanger, deswegen zurück, die ist aus Mallorca. Ja. Und ja, die war nicht ohne Geld, also das heißt, die hat schon ab und zu mal ein BVG, also öffentliches Verkehrsmittelticket benutzt oder mal ein Medikament gekauft. Aber mit wenigen Dutzend Euro pro Monat sind wir ausgekommen oder beziehungsweise sie. Und dann habe ich neun Monate weiter Containert hier in Berlin und habe dann mich endlich getraut, an die Supermärkte heranzugehen. Und habe gesagt, hey, guck mal, ist da Win-Win-Win, oder? Ihr spart Entsorgungskosten, eure Angestellten fühlen sich wohler, weil sie nichts wegschmeißen müssen. Ihr könnt sogar Employer Branding nach außen tragen, CSR, also Corporate Social Responsibility, wie das ja so schön heißt. War damals aber auch noch ein neues Wort. War damals, hieß es vielleicht, weiß nicht, sich für nachhaltiges und soziales Einsetzen. Und dann hat der Bio-Company-Gründer, der Georg Kaiser, der hatte damals irgendwie zwölf Läden, der hat irgendwie die Mail bekommen, weil ich habe mich dann getraut, so nach einer Schwangerschaft, so nach neun Monaten Containern immer wieder die Sachen aus der Tonne ziehen, habe ich denen einfach geschrieben. Und der hat gesagt, komm doch mal, wir sprechen. Und dann haben wir tatsächlich unsere eineinhalb Stunden zusammengesetzt und dann meinte er, hey, du darfst zwei Tage die Woche legal mittags die Sachen abholen und dann schmeißen wir den Rest erst danach weg. Also ich habe quasi dann aussortiert, was wirklich schlecht war und was einfach nicht mehr so verkaufbar war, aber eben noch im besten genießbaren Zustand. Und damit ging dann die Lebensmittel-Retten-Bewegung los, das war 2012. Dann kam ein weiterer Laden dazu, noch einer, ein Bäcker und dann habe ich das groß gemacht in Berlin. Dann kam jemand aus Köln, der programmieren kann, Raphael heißt, der hat das Ganze in die Software gegossen. Dann konnten wir das deutschlandweit skalieren, sodass dann halt auf einmal, mittlerweile sind es über 100 Millionen Kilogramm Lebensmittel, die wir gerettet haben. 100 Millionen Kilogramm? 7 Millionen Abholungen fast, also wir sind die wahrscheinlich zahlenmäßig größte Organisation von freiwilligen Ehrenamtlichen in Europa, die sich einsetzen gegen die Verschwendung und für die Wertschätzung von Lebensmitteln. Und es sind jetzt 14.000 Betriebe fast dabei in der Dachregion. Wow. Und ja, 140.000 Foodsaver, die alle akkreditiert sind, die mussten alle so Tests machen, die eben die Tafeln ergänzen im Kleinen und sagen, hey, die Tafel, für die ist das zu spät an der Stelle. Die wollen nicht was Zubereitetes abholen, weil das ist für die Tafel wiederum sehr schwierig, das dann weiterzugeben und rechtlich kühlen und alles schwierig. Das ist, glaube ich, auch so das Thema, was dann immer sofort aufkommt. Ihr macht euch ja gegenseitig Konkurrenz und die Tafeln, die es ja immer schon gab, quasi gefühlt, die sehen dabei dann nicht so gut aus, beziehungsweise denen wird so ein bisschen der Lieferhahn abgeschnitten, abgedreht. Ist aber nicht so, sagst du. Nee, also die Tafeln machen wirklich was Einzigartiges. Sie sind auch in Europa die größte Foodbank und machen ja seit einem Vierteljahrhundert. Das heißt, die haben damals schon Bewusstsein geschaffen, aber sie hatten es nicht so hip und cool und sexy, wie wir es jetzt mit Foodsharing oder noch mehr mit Surplers geschafft haben. Aber dass das so wie eine Lebenseinstellung ist. Wer hat früher gesagt, so mit einer erhobenen Brust, ich gehe zur Tafel. Nee, sondern ich gehe zur Tafel und helfe da. Das hat die Leute stolz gemacht. Aber nicht, ich gehe zur Tafel und helfe da Lebensmittel. Oder bei Foodsharing und bei Surplus. Da sind die Leute wirklich, die sagen, hey, entweder habe ich kein Geld oder wenig Geld und organisieren wir selber mein Essen. Ich sorge dafür. Ich kann sogar anderen helfen, weil meine Oma nebenan, die hat auch wenig Geld, da bringe ich was vorbei. Oder so, ja. Genau, also ich tue was Gutes oder bringe es obdachlosen Menschen. Das ist unterschiedlich. Und bei Surplus haben wir es jetzt ja noch extremer auf die Spitze getrieben, zu sagen, hey, freiwillig alles cool, aber du musst trotzdem abends um 20 Uhr beim Supermarkt auf der Matte stehen und dann eine Stunde sortieren im Zweifel. Und dann mit zwei Säcken Salat und Brot nach Hause gehen und dann noch verteilen. Das heißt, du bist zwei, drei Stunden beschäftigt, hast da eine Menge Geld mitgespart. Das kann schon sein. Aber das schafft ja nicht, jeder in seinen Alltag zu integrieren. Und mit Surplus haben wir gesagt, der Sir, der Butler, der bringt den Plus wertschätzend zurück in die Gesellschaft. Und das heißt, heute haben wir fast 100.000 Kundinnen, sind es hauptsächlich Frauen, die eben ganz legal Lebensmittel von zu Hause mitretten. Und sich darüber auch identifizieren und sagen, hey, ich bin Surplus, ich bin Lebensmittelretter oder Retterin. Also mache ich das aus Überzeugung oder mache ich das fürs gute Gewissen? Unterschiedlich. Also wir haben die Hälfte der Kunden, die sind eher so die Oberschicht, werden das so sagen wir, also die besser verdienenden Menschen. Die machen es hauptsächlich aus dem Grund, sie wollen was Gutes tun für die Umwelt, gegen Food Waste. Und dann kommt Geld sparen, weil man bei uns noch 35 Prozent im Schnitt spart zum UVP. Und dann gibt es die anderen, das sind ungefähr 40 Prozent, da ist der Hauptgrund zunächst erstmal Geld sparen. Und als zweites kommt was Gutes tun für die Umwelt, fürs Gewissen. Es ist ja so ein bisschen, man muss ja immer ein bisschen schauen, weil dieses Thema, was wir gerade sagten, die Tafeln sind umsonst, hier muss ich Geld zahlen. Ich glaube, da habt ihr ja auch so teilweise Kritik erfahren, dass man eben gesagt hat, also ihr macht damit Geld, das passt irgendwie nicht zusammen. Dass ihr diese Wertschöpfungskette, das was eigentlich weggeschmissen wird, dass ihr daraus nochmal Geld macht und dann anderen was wegnehmt. Ist natürlich so ein gewisses Paradoxum in der Logik, aber man kann es so sehen, wenn man es sehen möchte. Da muss man ja erstmal ran und das widerlegen. Genau, also so ein bisschen wie den Tag. Du kannst eigentlich jeden Tag, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, kannst du aufstehen und sagen, wow, wie geil, dass ich lebe, wie geil, dass mein Körper funktioniert, dass meine Birne läuft, dass ich genügend zu essen habe, dass ich ein Dach über dem Haupt habe, vielleicht habe ich sogar noch Eltern, die ich liebe, vielleicht habe ich Kinder, vielleicht einen Partner, Partnerin. Ich habe vielleicht sogar einen Job, ich habe sogar Geld noch auf dem Konto. Also wir können uns über ganz viele Dinge erfreuen oder ich kann anfangen, Scheißwetter da draußen. Gestern habe ich irgendwie einen Auftrag bekommen. Mein Chef hat mich noch nachts um 9 Uhr angerufen, mir geht es grottig. Außerdem kratzt es mir gerade hier, ich habe gerade eine kleine Erkältung. Das ist immer die Frage, auf was schaust du? Und so kann man natürlich auch sagen, ja, Surplus und Tafel und Foodsharing, wir funktionieren nicht zusammen. Ich sehe es aber eher so, die Tafeln machen grandiose Arbeit, retten so vielleicht eine Viertelmillion Tonnen pro Jahr. Das sind ja fast 1000 Tafelvereine in ganz Deutschland. Und trotzdem haben wir aber 18 Millionen Tonnen Lebensmittelverschwendung pro Jahr. Das heißt, da sieht man schon mal die Dimension, die Tafel können und wollen gar nicht alles retten. Und auch die Produzenten oder so weiter sagen, hey, ich kann das nicht immer alles umsonst abgeben. Also ich bin zwar, ich finde es schade, dass jetzt der normale Supermarkt das nicht mehr kauft, weil die kaufen nur Sachen, wenn die Produkte noch 50 Prozent Restlaufzeit haben. Das heißt, sogar eine Spaghetti-Packung, die noch zwölf Monate haltbar ist oder elf Monate, ist für einen normalen Supermarkt nicht mehr von Interesse. Warum? Echt? Ja, ja, weil die wollen natürlich, das dauert dann noch bis zum Zentrallager kommen, vom Zentrallager in den Supermarkt. Und dann stehst du da auf einmal, kaufst eine Barilla für einen normalen Preis, entdeckst zu Hause. Ey, scheiße, die war ja nur noch sechs Monate haltbar. Ja, und dann beginnt der Kreislauf, dass Leute halt wie bei der Milch oder so, dann die hintere Milch greifen und genau das wollen die Supermärkte vermeiden. Die wollen eben, dass die Leute nicht aufs MHD schauen im Supermarkt und im Zweifel auch zu Hause die Sachen wegschmeißen, weil verkauft ist verkauft. Der Supermarkt oder Discounter interessiert sich nicht, wie der Produzent eigentlich, ob es gegessen wurde oder weggeschmissen. Hauptsache es wurde verkauft, weil es sind ja profitorientierte Unternehmen. Und das heißt, die Verschwendung spielt bei vielen Unternehmen eben nicht so eine große Rolle, weil es eingepreist ist oder eben bezahlt wurde, weil es wurde verkauft. Und die Tafeln haben da auch was fürs Bewusstsein getan. Aber die Tafeln, ich konnte ja gar nicht zum Beispiel zur Tafel gehen in meinem Geldstreik, fünfeinhalb Jahre. Warum? Weil ich nicht offiziell arm war. Und es gibt in Deutschland auch sehr viele Menschen, die sind arm, die trauen sich aber nicht zur Tafel. Warum? Weil sie sagen, da fühle ich mich stigmatisiert. Da muss ich in meinem Kiez in der Schlange stehen. Sicherlich auch eine große Zahl. Genau, also die Zahlen schwanken aber ziemlich groß, je nach Studie. Und das heißt, das ist ja auch in Ordnung. Und dann gibt es vielleicht für die, die sagen, hey, für mich ist Foodsharing besser, weil da fühle ich mich irgendwie wohler, wenn ich abends zu dem Bäcker laufe und sortiere und sage, das kann man alles noch essen. Beim Bäcker in der Regel alles, aber irgendwie vielleicht am Marktstand oder so, ist nicht immer alles noch essbar. Und da habe ich, tue ich aber was dafür. Und das heißt, da empowern wir ja auch Leute mit Foodsharing. Und Surplus ist vielleicht so, hey, vielleicht sagst du, hey, zur Tafel darf ich nicht gehen, Foodsharing habe ich keine Zeit, ich möchte aber Lebensmittel retten. Hat ja auch, ja, genau. Und hat aber auch einen Bequemlichkeitsfaktor. Ich kann nicht bestellen, habe das Abo, kann mir was aussuchen. Ich kann dir auch Einzelartikel aussuchen. Du kannst aus hunderten Produkten sogar Obst und Gemüse, sogar Wein haben wir. Geretteten Wein gibt es auch. Geretteten Wein? Geretteten Wein. Ah, guck mal, das habe ich übersehen. Ja, kannst du mal checken. Auch Demeter. Müssen wir mal für unseren Vinyl- und Wein-Podcast mal bestellen. Ja, das ist gut. Spannend. Genau, die gibt es auch da wieder, warum gibt es abgelaufenen Wein? Vielleicht interessiert es ja auch die Hörerschaft hier. Ja, klar. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein menschlicher oder ein technischer Fehler ist. Falsch bedruckt. Ist ein Jahrgang, der lief vielleicht nicht so gut oder es gibt jetzt den neuen Jahrgang, der soll das raus aus dem Lager. Weil die lagern ja nicht alle irgendwo für ewig, sondern nicht alle Weine werden besser mit jedem Jahr. Sondern irgendwann sagen die vielleicht auch, hey, der muss jetzt langsam raus, der schmeckt im halben Jahr nicht mehr so gut, wie wir ihn verkaufen wollen. Muss jetzt raus. Uns kauft es aber gar keiner mehr ab, weil es ja den neuen Jahrgang gibt. Und Tetrapak-Weine, also die haben sogar noch ein MHD. Ach, die haben die? Die haben ein MHD. Ja, guck mal. Also diese Big Packs oder auch kleine sind ja meistens eher Big Packs. Daher hat sogar alkoholisches Produkt ein MHD. Wein hält sich aber auch nach dem MHD noch sehr gut. Und auch da, so wie man beim Wein, das ist ja eh immer so ein bisschen so süffi. Checkt man ja auch, ob es schmeckt. Das kann auch ein junger Wein gekippt sein. Das ist ja auch schon passiert. Was sind denn die Bestseller bei euch? Was läuft denn am besten eigentlich? Leider muss man so ein bisschen sagen, meistens schon Produkte, die man kennt. Also das heißt, wir hatten neulich mal als KitKat oder Beefy, ja auch Marken wie Vegans, Share, Alpro. Also leider sage ich in dem Sinne, weil natürlich auch andere, kleinere Marken, unbekanntere Produkte irgendwie auf den Markt kommen. Und dann landen die auch manchmal bei uns, weil sie es vielleicht nicht in LEH geschafft haben oder nicht in der Menge, wie sie es geplant oder gewünscht hatten. Passieren ja da auch Fehler oder man überschätzt sich und sagt, ich produziere gleich nicht 5.000, sondern 20.000 oder 50.000 oder 100.000 von einem Produkt. Und dann merkt man, hey, ich bin jetzt nicht alles losgeworden und dieses Datum, das kauft mir jetzt keiner mehr ab, obwohl es noch monatelang hin ist. Also nur ein kleiner Teil, so 15 Prozent unserer Produkte sind abgelaufen. Der Rest ist wirklich vorm MHD und eben Saisonware, Weihnachten, Ostern, WM, EM, Olympia, Sticker, all solche Sachen passiert auch. Ja, dieses Leben im Überfluss, das muss ja irgendwo hinschwappen. Also eigentlich muss es nicht, aber hast du denn da so eine Hoffnung, wir sprachen da ja ganz am Anfang drüber, dass sich das ändert, dass da weniger produziert wird und dass man das besser in den Griff bekommt? Total. Also am Ende, manche Leute fragen, was hat denn ein Surplus jetzt damit zu tun, dass hier irgendjemand auf der Welt hilft, dass es weniger Lebensmittelverschwendung gibt? Und das dauert natürlich ein bisschen. Also erstmal schaffen wir Bewusstsein, Millionen Menschen haben wir schon erreicht, aber wir haben auch diese knapp 100.000 Menschen, die mitretten. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Edeka, bei dir eine Ecke, dann lass ihn mal 200 Kilo Tomaten jede Woche kaufen, kleiner. Wenn, und er schmeißt dann da vielleicht auch ein paar Kilo weg oder gibt es der Tafel, Foodsharing, egal, aber trotzdem hat er immer so 200. Wenn jetzt aber auf einmal du und vielleicht noch 40 andere Nachbarn, die retten bei Surplus mit, dann verkauft er irgendwann nur noch 180. Und was der Edeka macht, der sagt nicht, naja, eigentlich habe ich ja letzte Woche 200, sondern irgendwann hat er gecheckt, hier ist die Nachfrage runtergegangen. Und dann bestellt er weniger beim Zentrallager. Das Zentrallager bestellt dann irgendwann weniger beim Zwischenhändler und der Zwischenhändler weniger bei den Bauern. Und damit ist irgendwann 50% Foodwaste heißt, 50% Überproduktion, weil wir ein hochgradig ineffizientes Wirtschaftssystem haben. Also diese Supply Chain, die Wertschöpfungskette ist eben nicht so logisch, nicht so effizient. Und was wir machen mit Surplus, deswegen hast du auch gefragt, hey, entstehen wir irgendwann, sind wir überflüssig? Nein, wir schaffen quasi wie so einen Gartenschlauch, wir stopfen den an den verschiedenen Stellen entlang der Wertschöpfungskette, damit die Ware eben, die Lebensmittel nicht vergeudet werden, sondern wir fangen die auf und bringen sie hin zu den Konsumentinnen. Und deswegen werden wir immer mehr Teil einer Lösung, wo wir irgendwann nicht mehr 50% Überproduktion haben, sondern vielleicht irgendwann nur noch 40%, irgendwann nur noch 30% und irgendwann vielleicht sogar weniger. Ja, dass das nicht von heute auf morgen passiert, klar, da muss man glaube ich naiv sein, um das zu glauben. Aber bei Gemüse und Obst verstehe ich das insbesondere, aber wir haben ja auch den anderen Fall. Wir haben ja auch den anderen Fall, dass jetzt gerade auch die Hersteller wirklich auch Produkt in den Markt drücken. Beziehungsweise dieses Zusammenspiel, wir nehmen jetzt mal LEH und Produzenten, Rack kaufen, Rack pflege und 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 und, Sonderplatzierung. Also das ist ja ein sehr, sehr eingespieltes, gut geölte Maschinerie, wie das so funktioniert. Und da kommen ja auch Produkte in den Handel, die vielleicht keiner braucht oder nicht so sehr braucht. Oder die dann auch irgendwie die Einführung nicht mitmachen, nicht richtig gut funktionieren und Werbung greift nicht. Klar, also da hast du vollkommen recht. Die sind aber jetzt, ich würde mal sagen, deshalb nicht nur der Handel, auch die Produzenten sind natürlich hier gefragt. Voll, na total. Also man kann nicht nur sagen, dass der Handel, also quasi die Supermärkte oder die Verbraucherinnen, die schuldig sind an dem ganzen Foodways, sondern die Politik muss was tun. Die können ja auch zum Beispiel Lebensmittelverschwendung besteuern. Also man könnte zum Beispiel so eine Biotonne, die kostet nicht 20 oder 25 Euro, sondern hey, da gibt es jetzt eine Strafsteuer drauf, die kostet jetzt 50. Ja, dann überlegst du es dir zweimal, ob du lieber sagst, hey, dann reduziere ich das Produkt. Dann lohnt sich nämlich der Aufwand. Im Moment ist quasi das Produkt so billig. Deutschland ist auch mit den Lebensmittelpreisen ganz unten in der Welt. Also günstiger als hier gibt es eigentlich keine Lebensmittel. Selbst in Polen kosten die Waren Lebensmittel mehr als hier. Und das sind die Discounter, die das natürlich stark gemacht haben. Das heißt, eine Wertschätzung auch für die Lebensmittel können wir durch höhere Preise schaffen. Und wenn dann auf einmal der Supermarktbetreiber, aber auch ein Restaurant sagt, hey, meine Entsorgung wird mir auf einmal hier so viel teurer, dann versuche ich ja am Anfang mehr, die Sachen loszuwerden. So wie es ja auch viele Läden mittlerweile machen und sagen, hey, ich mache einen 50%-Bapperl drauf und versuche es noch loszuwerden. Und wieso hat Edeka ein Gut und Günstig? Weil sie haben auch Menschen, die auf den Preis schauen. Und warum sollen denn nicht diese Waren noch verkauft werden, anstatt dass sie weggeschmissen werden? Und ich glaube, wenn wir das über die Wirtschaftlichkeit hinbekommen, sodass es einfach wirtschaftlich sich mehr lohnt, Lebensmittel wertzuschätzen, dann schaffen wir es auch, was das Ziel der Bundesregierung ist und der Vereinten Nationen, die Hälfte der Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu reduzieren. Wie ist denn, weil du das gerade sagtest, Besteuerung, wie ist denn das eigentlich in Frankreich? Gibt es da ein gutes Beispiel oder ist es kein gutes Beispiel? Ja und nein. Also ich glaube erst mal, dass das Beispiel in Deutschland eigentlich noch besser ist. Weil in Deutschland retten wir proportional mehr Lebensmittel durch die Tafeln. Ein bisschen Foodsharing jetzt auch, aber die Tafel ist schon nochmal ein Hausnummer größer, als in den Tafeln in Frankreich. Obwohl es in Frankreich verboten ist, Lebensmittel wegzuschmeißen. Darauf wollte ich hinaus. Es sind Supermärkte über 450 Quadratmeter, die müssen es abgeben, wenn es eine NGO oder so in der Nähe gibt, ein Verein, der das abholt. Aber was in Deutschland gut geklappt hat, dass es einfach freiwillig passiert. Und ich glaube, so wie ich mich ja auch freiwillig vegan ernähre, ehrenamtlich das gebaut habe, wo ich Leute ihr Salär bezahlen kann, dass sie etwas tun, wo sie dahinter stehen, glaube ich, dass das immer schöner ist, wenn die Menschen sich aus freien Stücken vom Herzen für einen Job entscheiden oder für eine Arbeit oder für ein Produkt und nicht, weil sie müssen. Und das heißt natürlich kann man sagen, ja so eine Zwangssteuer wie in Frankreich, das würde auch in Deutschland helfen. Ich glaube aber, dass es eigentlich schöner ist, wenn die Supermarktketten aus dem Verständnis und aus einer Wirtschaftlichkeit heraus sagen, ja nicht nur, weil da jetzt Strafe kommt, sondern ich fühle mich irgendwie wohler, die Angestellten fühlen sich wohler, meine Kundschaft, die honoriert es auch, dass wir die Sachen günstiger anbieten und dass da so ein System draus wird, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Das ist, glaube ich, noch schöner. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass es Frankreich gemacht hat und in Frankreich hat das auf jeden Fall zu sehr viel mehr Spenden geführt von Lebensmitteln und ich glaube, dass wir über Steuern können wir noch viel mehr steuern und das sollten wir auch nutzen oder die Politik müsste es nutzen, aber das ist kein einziger Weg, sondern es muss auch die Bildung in der Schule sein. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, haben wir auch immer wieder beim Foodtalker das Thema, wirklich ganz früh in der Schule anzufangen und warum gibt es eigentlich kein Fach wie Ernährungskunde? Ja, ich meine, das ist das Wichtigste überhaupt, ohne Ernährung läuft gar nichts, kommen wir nicht. Pizza können die Kinder noch aufwärmen. Ja, das können sie, genau. Ja, und dann, das war es, aber nicht mal Spaghetti läuft. Warum? Schulgärten und, 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 also diese ganze Thematik, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und dann hast du auch ein ganz anderes Bewusstsein dafür, wie so ein Lebensmittel entsteht, wie es wächst und ob du es denn dann wirklich wegschmeißt, ja? Oder auch die ganzen, die Beispiele, die wir ja kennen. Ich meine, dieses Phänomen ist ja noch gar nicht so alt. Wir reden hier jetzt gerade mal so von 50, 60 Jahren, dass wir so verschwenderisch damit umgehen. Davor war es ganz anders, ja? Und auch jeder kennt wahrscheinlich noch in seinem Familienkreis Omas, Opas, Urgroßeltern, die eingemacht haben und der Keller war voll mit Weckgläsern. Wenn du das heute irgendwo siehst, fragen sich alle, was ist denn hier los? Ja, ja, ja. Wie geht denn sowas? Okay, es fängt ja wieder an, Fermentierung, das ist ein Trend und so weiter. Es wird natürlich auch, aber Trends sind natürlich dann auch wirklich klein und nischig und das ist ja nicht in der Breite. Aber ich glaube, da muss man anfangen und einer der Wege, den ihr gegangen seid, finde ich zumindest, ist ein sehr, sehr toller Weg. Auch wenn man dadurch natürlich auch immer aneckt, wie bei euch. Ich meine, es war doch auch so, ihr hattet doch auch Einzelhandelsgeschäfte, ihr hattet doch Retterläden, die ihr dann irgendwann schließen musstet, hier in Berlin. Sicherlich ist das auch super gewesen als Idee, dass die Menschen sich das dort abholen können und nicht online bestellen. Aber hat nicht funktioniert, sagst du, oder? Ja, naja, funktioniert das immer so, wie funktioniert Gorillas? Würden manche sagen, ja. Solange der Geldfluss da ist, funktioniert es wahrscheinlich. Genau, so kann man es sagen. Und bei uns kann man halt sagen, da sind Menschen reingekommen, aber nicht genug. Und wir hatten aber vorher schon starke Umsatzsteigerungen und dann kam Corona und dann war das so ein Seitwärtstrend mit mal 20, mal 30 Prozent weniger Umsatz als vor Corona, mal so nur 10. Aber das war nur noch so eine Seitwärtsbewegung und war noch nicht profitabel. Und da hat das hunderttausende Euro jeden Monat gekostet und dann mussten wir irgendwann sagen, hey, sorry, wir finden jetzt gar kein Geld mehr, um das einfach weiter, weil es ja subventioniert ist. So wie Gorilla ja auch subventioniert ist. Jede Bestellung, die man da macht, auch wir sind noch nicht profitabel. Wir gehen in eine Series A, wir sammeln nochmal 3 Millionen ein. 9 Millionen haben wir schon eingesammelt. Ihr habt gerade ein Crowdfunding gemacht. Wir haben gerade Crowdinvesting über eine Million eingesammelt. Unglaublich viele Menschen haben investiert, was uns total freut. Die sind natürlich so wie Ambassadors, Skin in the Game, die dabei sind. Nicht nur sagen, ich unterstütze das, bestelle da irgendwie mal, sondern die tragen das in ihren Freundeskreis und Arbeit oder so. Also total cool. Aber ich glaube schon, dass wir mit den Läden, ja, wir haben da schon den Zahn der Zeit getroffen und Corona hat es leider so madig gemacht, weil die Leute eben gesagt haben, sie vermeiden alle unnötigen Kontakte. Und das heißt One-Stop-Solution. Die sind dann doch in Rewe gegangen. Genau, ihr wart nicht die allererste Wahl, weil bei euch hat man eben dann doch nicht alles bekommen. Ganz genau. Und auch kein Toilettpapier wahrscheinlich. Manchmal, ja, manchmal. Das ist ja auch so, du hast ja auch kein Sortiment, auf das du dich verlassen kannst. Ganz genau. Und das heißt doppelter Aufwand, doppelte Zeit. Und die Leute haben einfach gesagt, hey, ich gehe jetzt hier in den einen Laden. Kaufland Real, die waren schon fast ausgestorben. Die haben am meisten gewonnen. Dann Rewe und sogar, also die ganzen Vollsortimenter und selbst die Discounter haben noch gewonnen. Und andere Läden wie mein Müsli-Surplus, unverpackt Läden mussten leider zumachen. Ja, und das ruft natürlich dann die Kritiker auf den Plan und sagen, siehste, hat doch, hat nicht geklappt. Die haben ja eben am Markt doch nichts zu suchen. Wie ist denn das für dich? Ich lasse es jetzt mal so stehen, weil wir wissen, dass es anders ist. Oder ich zumindest glaube und du sowieso. Wie ist denn das, wenn man so Investoren hat, ob jetzt über Crowdfunding, die du jetzt nicht alle kennst, oder aber auch größere Investoren, die du eben kennst, spürst du da so den Druck im Nacken oder kannst du frei agieren? Also in so einer kritischen Situation wie mit Corona, kann man sagen, ich habe den Druck gespürt oder man kann auch sagen, ich habe deren Support gehabt. Weil ohne die Menschen, die in Surplus investiert haben in den letzten sechs Jahren, gäbe Surplus gar nicht. Und wären wir nicht durch diese Krise Corona durchgekommen und sind viele Food-Startups auch pleite gegangen in den letzten Jahren. Und das heißt, ich setze ganz stark auf die Investoren. Manche haben 250 investiert, manche fast eine Million. Und ich bin allen, jedem Einzelnen sehr, sehr dankbar, weil sie letztendlich an meine Vision und das ist auch die von Surplus, einer Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben, glauben und sagen, mit Surplus können wir da einen Beitrag zu leisten, näher ranzukommen. Und durch ein bequemes Abo-Modell oder auch Einzelbestellung den Leuten zu Hause so ein bisschen die Hand reichen und sagen, hey, nimm doch teil an der Lösung. Mach da einfach mit, meckern nicht, sondern in dem Fall sogar spar Zeit und lass dir die Ware bequem nach Hause liefern und hab ein gutes Gefühl dabei. Plus Geld sparen. Also was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Und deswegen sehe ich die Investoren und wir haben zum Glück jetzt auch ein paar Investorinnen gewinnen. Das sind ja meistens leider Männer, so wie die Gründer meistens auch leider noch Männer sind. Das ändert sich immer mehr. So wie auch, habe ich neulich mal geguckt, so Sterne-Köchinnen gibt es ja ganz selten. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Gibt nicht so viele. Ich hatte jetzt gerade bei mir zu Gast Bio-Spitzen-Köchinnen, aber dann gleich drei. Okay, da muss man mal eine Intro machen, weil ihr habt natürlich was vor. Ja, das mache ich sehr gerne. Mit so Sterne-Köchinnen. Das mache ich sehr gerne. Nee, aber das war eben schon fast ein Schlussstatement von dir. Ich glaube, wir sind noch alle im gleichen Boot, oder? Wir sind ja hier und jeder versucht auf seiner Ebene, wie wir irgendwie Bewusstsein, Achtsamkeit voranbringen können, wie wir noch ganzheitlich erleben. Meditieren, Yoga, geil kochen, Lebensmittelwertschätzung voranbringen oder auch irgendein anderes soziales Thema und gemeinsam schaffen wir das, bin ich mir ganz sicher. Bestimmt. Und ich glaube, wir dürfen das alles nur nicht zu verkopft tun, sondern wir müssen das mit einer Leichtigkeit tun und mit einer Selbstverständlichkeit. Und man braucht sich auch nicht die Köpfe da reinzuhauen und einzuschlagen, sondern das ist, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten da, was zu tun. Und wenn ich sage, das eine ist nicht meins oder wenn ich sage, der ist vegan, mit dem kann ich gar nicht an einem Tisch sitzen oder sonst irgendwas, alles Blödsinn. Seid da mal ein bisschen offener, seid mal ein bisschen lockerer und vor allen Dingen, nehmt jetzt euch vielleicht noch mal die Tipps, die Raphael uns jetzt gibt, zu Herzen. Was kann ich denn jetzt wirklich tun? Also jetzt mal so ein paar praktische Tipps. Also ich gehe nach Hause, gucke in den Kühlschrank, gucke in meinen Vorratsschrank und sage, was mache ich denn jetzt? Ja, das ist genau der richtige Anfang, weil erst mal gucken, was ist denn schon am Start? In der Vorratskammer sind Sachen, die hast du vielleicht schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Wenn du in einem Jahr reinguckst, dann ist schon ein Jahr abgelaufen und vielleicht ist dann wirklich schlecht. Deswegen erst mal überhaupt Bestandsaufnahme. Was habe ich eigentlich gerade, vor allem im Kühlschrank, aber auch mal in der Tiefkühler oder so schauen. Was lungert da schon länger rum? Und die Sachen wirklich konsequent erst mal aufessen. Bevor ich irgendwie sage, ich renne wieder hin und meine Augen sind groß und es sieht alles geil aus und kaufe wieder volle Kanne ein und natürlich muss ich dann irgendwas wegschmeißen. Dann wirklich zu gucken, wenn ich einkaufe, nicht hungrig, sondern satt am besten einkaufen und am besten eine Liste. Das sagst du so einfach, ja. Ja, das ist ja ein kleiner Tipp. Und wenn ich sage, ich bin nicht so der Listenfritze, dann mach halt ein Foto mit deinem Smartphone von deinem Kühlschrank. Wie schaut es da drin denn so aus? Dann weißt du schon, was du kaufst. Dann nicht so, ah, da gibt es jetzt gerade zwei für eins, dann kaufe ich das mal, weil kostet ja nichts, da kann ich auch wegschmeißen. Klar schmeißt man dann mehr weg. Das heißt, ich glaube auch diese Sensibilisierung, von der du sprachst, für die Dinge, die Wertschätzung in den Lebensmitteln zu sehen. Wir können uns das zwar leisten, zu kaufen und dann wegzuschmeißen, aber zu sehen, hey, da hat jemand in Afrika oder auch hier in Europa echt geschwitzt. Und wenn ich mal da die Leute auf dem Feld anschaue und selber das auch mal gemacht habe, Spargel stechen oder so, wow, bin ich dankbar, dass die am Start sind und uns die Lebensmittel hier besorgen und die Leute, die an der Kasse einfach alle Menschen ein bisschen berücksichtigen, die da in dieser Kette drin sind und uns das ermöglichen und dann auf die Sinne vertrauen. Das heißt, wenn du ein Produkt hast zu Hause und das ist schon abgelaufen, ob das nun Joghurt ist oder irgendwas anderes, bei Gläsern zum Beispiel machen so ein Plöpp, dann kannst du auch zwei Jahre abgelaufen sein. Das ist zu 99,9% noch gut, sonst hätte es keinen Plöpp gegeben. Ein Joghurt, wenn der nicht aufgewölbt ist, der Deckel, dann kannst du auch drei Monate, Green Trees hat Studien gemacht, wo ein Joghurt sogar acht Monate nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum noch bestens genießbar war. Einfach da mal auf die Sinne vertrauen, aufmachen, schauen, riechen und dann schmecken, so ein bisschen auf den Gaumen zergehen lassen. Dein Gaumen weiß ganz genau, ob der gut ist oder schlecht. Dann das MHD, nicht mit dem Verbrauchsdatum verwechseln. Also verbrauchen, zu verbrauchen bis, ist eine harte Deadline. Hackfleisch, Rohreierspeisen, das darf man nicht mehr verkaufen, sollte man auch nicht mehr essen. Sollte man sich dran halten, absolut. Aber 99% im Supermarkt bei dir zu Hause ist ein MHD-Datum. Und da eben auf die Sinne vertrauen, diesen Mut haben zu testen und dann vielleicht auch Doggybag oder so entweder selber mitnehmen, das ist noch nachhaltiger und sonst aber auch sich nicht schlecht fühlen zu sagen, kannst du mir das einpacken, ich habe es leider nicht geschafft. Sondern dass das cool ist. Also im Restaurant, ja. Im Restaurant. Ja, einfach so ein bisschen mehr das von einer anderen Blickrichtung betrachten, das Thema. Weil wie wir es jetzt gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, du hast es beschrieben, nach dem Krieg, da wurde alles noch gegessen und dann wurden wir einfach immer wohlhabender und mittlerweile hat sich so eingebürgert. Seit 40 Jahren gibt es das MHD, eigentlich zum Schutz von uns Menschen, hat aber dazu geführt, dass Milliarden Lebensmittel ungegessen leider in die Tonne gewandert sind. Und dass wir jetzt aus so einer Freiwilligkeit heraus, aus dem Spaß, einer Freude, am Lebensmittel genießen und wertschätzen, wieder mehr so einen, mehr einen anderen Bezug zu den Lebensmitteln aufbauen. Ich glaube, da kann jeder bei sich selber anfangen und das ist dann auch schon eine Inspiration, den Teller aufzuessen oder ein Doggybag zu bestellen. Da schauen die Leute drauf und merken sich das und dann wird es irgendwann nicht mehr cool, dass man was wegschmeißt und auf den Teller lässt, weil man es ja hat. Ja, ja. Und ergänzen natürlich nochmal, schaut ein bisschen auf die Mengen, die ihr kocht. Die meisten kochen wirklich zu viel und denken immer, ist es zu wenig, ist es zu wenig. Es ist auch mal ganz schön, wenn es einfach von der Portion her passt oder die Portionen nicht so groß sind. Ist auch ästhetischer und tut euch meistens auch besser. Ja, ja. Und wenn es dann doch ganz zu viel war, man kann manche Sachen einfrieren und sonst im Kühlschrank, da ist auch zwei, drei Tage meistens noch gut. Und ihr könnt mit so vielen großartigen Sachen, die ihr im Kühlschrank findet und denkt, da ist ja gar nichts mehr drin, da kann man so viele großartige Sachen noch draus machen. Das glaubt man gar nicht. Man muss gar nicht... Chat-GPT-Fragen. Chat-GPT, also so ein künstliche Intelligenzprogramm. Da kann man einfach sagen, guck mal, ich hab das und das und das. Machen wir mal ein leckeres Gedicht. Komm, interessante Rezepte raus. Wahnsinn. Ich hab aber gerade, hatte ich gerade zu Gast, Heiko Antoniewicz, unseren Vordenker, ja, was Kulinarik angeht in Deutschland oder einen der großen Vordenker. Und der sagte, haben Sie auch gemacht, aber die Seele fehlt. Die Seele fehlt bei dem Essen und vielleicht muss die Seele nicht immer so groß sein, wenn ich sage, ich hab hier noch ein bisschen was im Kühlschrank, was kann ich daraus machen? Da kann man auch mal mit ein bisschen weniger Seele was machen. Ja, aber... Und natürlich mal bei Surplus vorbeischauen und schauen, ob ihr da nicht ein paar coole Artikel findet oder auch ein Abo für euch das Richtige ist. Man kann es ja mal testweise machen, so ein Abo. Genau, kann man auch jederzeit kündigen, wenn man keinen Bock mehr hat und sagt, das ist mir jetzt doch zu anstrengend, Lebensmittel zu retten. Aber so ein bisschen mehr Bewusstsein, glaube ich, tut uns allen ganz gut dafür und es gibt viele Wege, wie wir gerade gehört haben und hier vor mir saß jetzt einer, der das ganz konsequent macht und schon ganz lange und er hat's alles überlebt und grinst mich an und ist ein ganz freundlicher Mensch bei all dem geblieben. Oder gerade deshalb, ich weiß es nicht. Leben macht Freude und Lebensmittel retten noch mehr. Genau, und denkt dran, immer ein Lächeln auf den Lippen. Ja, geht alles viel leichter. Ciao, ciao, vielen Dank. Danke, Boris. Danke euch und viel Spaß beim Leben und Lebensmittel retten. Danke, Raphael. Danke, tschüss. Ja, cool. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Bis zum nächsten Mal.